Hi und herzlich willkommen zu diesem zweiten Video aus meiner Olympia-Reihe. Ja, falls ihr das erste Video aus dieser Reihe noch nicht gesehen habt, wo ich tatsächlich die Pros und Cons der Olympischen Spiele 2021 in Tokio nochmal abwäge und einfach nochmal die aktuelle Lage vor Ort erkläre, dann schaut gerne hier oben vorbei. Genau, heute soll es um Sportarten gehen, die es noch nie bei den Olympischen Spielen gab und da bin ich sehr, sehr excited drüber, euch da mehr drüber zu erzählen. Es sind coole Sportarten dabei. Falls ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, tut das sehr gerne hier unten oder schaltet auch gerne die Glocke ein und dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Zum ersten Mal mit dabei ist das 3x3 Basketball, also das normale Basketball, kennt man ja bereits, Mannschaftsbasketball. Zum ersten Mal mit dabei ist aber wie gesagt das 3x3 Basketball, das ist eine abgewandelte Art von Basketball, kommt so aus der ganzen Street-Basketball-Szene aus Amerika und ist jetzt das erste Mal olympisch. Da treten jeweils 3 Spieler, also 3 Feldspieler, gegeneinander an auf einem Halbfeld, also ein kleineres Feld, haben auch einen kleineren Ball, der aber genauso schwer ist wie der Basketball, der klassische. Und pro Team gibt es eben 3 Feldspieler und ein Auswechselspieler ist auch erlaubt. Ein Spiel im 3x3 Basketball dauert 10 Minuten und es wird bis 21 Punkte gespielt. Wenn es in die Verlängerung geht, dann gewinnt das Team, das zuerst 2 Punkte erreicht hat. Es ist ein sehr, sehr schnelles Spiel, also nochmal schneller als der klassische Basketball, weil du einen Angriff in nur 12 Sekunden machen musst. Und deswegen, ich werde da auf jeden Fall mal reinschauen. Ich finde es sehr, sehr cool, so dynamische Sportarten. Wer geht hier als klarer Favorit in das Turnier? Das wären vor allem die Serben, die haben 6 der 10 weltbesten Spieler in ihren Reihen. Unter anderem haben sie Dusa Bulut in ihren Reihen, den besten 3x3 Basketballer. Außerdem auf dem Zettel sollte man haben natürlich die USA, wo ja Street Basketball eigentlich herkommt, und aber auch Ungarn, was ich ganz interessant finde, also bei den Herren. Bei den Frauen sind es vor allem Frankreich und China, die auf eine Medaille hoffen dürfen. Kommen wir zu einer Sportart, die auch so aus dem Street-Lifestyle-Kosmos kommt, die auch, muss man sagen, vor allem in Deutschland noch nicht so Beachtung findet. Und zwar ist das Skateboard, und auf Skateboard habe ich richtig, richtig Bock. Mich erinnert Skateboard dann auch immer so ein bisschen an Snowboard. Snowboard schaue ich beispielsweise bei den Olympischen Winterspielen immer auch sehr, sehr gerne. Im Skateboard geht es um zwei verschiedene Disziplinen. Zum einen wäre das Street und zum anderen wäre das Park. Ich erkläre ganz kurz, was das jeweils bedeutet. Bei Street geht es darum, eine straßenähnliche Strecke, die Hindernisse, die da drauf aufgebaut wurden, zu überwinden. Also Hindernisse könnten sein Bänke, Treppen, Treppengeländer. Diese Hindernisse müssen mittels Gleiten oder Springen überwunden werden. Und das soll natürlich möglichst cool aussehen und möglichst coole Tricks sollen da rauskommen. Und das wäre zum Beispiel auch ein Kick, Flip. Dann gibt es aber eben auch noch Park. Und das erinnert mich, wie gesagt, ein bisschen an Snowboarden auch. Das ist eine riesige Schüssel sozusagen. Bowl nennt sich das Ganze. Vier Meter hohe Wände, sehr, sehr steile hohe Wände, wo sich da die Skateboarder und Skateboarderinnen runterstürzen. Und auch hier geht es darum, dass du dann eben in der Luft coole Sprünge zeigst. Und bewertet werden sowohl bei Street als auch bei Park die Ausführungen, genau die Schwierigkeitsgrad der Sprünge beispielsweise oder der Tricks. Dann aber auch die Fehler. Also klar, sowas wie Stürze oder so werden auf jeden Fall Punkte abgezogen. Aber auch Tempo, Kreativität oder Vielfalt werden in diese Bewertung aufgenommen. Eine deutsche Starterin, die ist erst 14 Jahre alt und ist damit die jüngste Olympionikin im deutschen Team. Sie heißt Lili Stufiasius. Ich verlinke sie euch gerne mal unten. Ist wirklich sehr beeindruckend. Steht seit sie 3 ist auf dem Skateboard, hat ihr Papa ihr beigebracht. Und seit sie 5 ist trainiert sie regelmäßig. Also echt krass, wenn man sich jetzt mal zurückdenkt, was habe ich mit 14 geleistet. Und die ist einfach schon professionelle Skateboarderin. Richtig, richtig cool. Ist auch ganz spannend. Ihr Werdegang. Und sie erzählt dann beispielsweise auch in Interviews immer relativ viel darüber, dass es sehr schwierig ist, in Deutschland professionell zu trainieren, weil es hier einfach noch keine oder kaum, ja, wirklich genormte Skateboard-Trainingsplätze gibt. Also die sozusagen international auch den Anforderungen und jetzt auch den Olympischen Anforderungen entsprechen. Deswegen reist die Familie eben sehr viel auch in Europa rum, wie beispielsweise in Frankreich, in Paris, damit die eben die Lilly gut trainieren kann. Finde ich sehr beeindruckend. Ich wünsche ihr natürlich alles Gute. Bei den Frauen ist aber eine andere Nation ganz vorne mit dabei, als Favorit gehandelt. Und das ist Japan. Kommen wir auch schon zur nächsten Sportart, die das erste Mal dabei ist. Und das ist Sportklettern. In der Bucht von Tokio werden die besten Kletterer in einem neu geschaffenen Wettkampfmodus das erste Mal gegeneinander antreten. Und das Ganze heißt Olympic Combined. Steht aus Lead, Bouldern und Speed. Jetzt erkläre ich euch nochmal ganz kurz, was diese Unterdisziplinen jeweils bedeuten. Also bei Speed geht es eben darum, in möglichst kurzer Zeit eine gewisse Strecke zu erklettern. Beim Bouldern geht es eben darum, dass man ohne Seil in 3 Meter Höhe gewisse Hindernisse erklettert. Und dann hätten wir noch als drittes eben Lead. Beim Lead ist es Schwierigkeitsklettern. Geht es darum, dass du in einer vorgegebenen Zeit eine gewisse Strecke erkletterst. Und da geht es eben zum einen um die Höhe, die du erreichst, aber eben auch darum, ob du beispielsweise stürzt. Ja, es wird nur eine Qualifikation und dann das Finale geben. In der Qualifikation geht es darum, dass man in allen drei Disziplinen, deswegen Olympic Combined, eben sehr gut abschneidet. Also es wird dann eben die Positionen, die man erreicht im Endranking, werden eben addiert. Und die Sportler mit den wenigsten Punkten schaffen es dann ins Finale. Im Finale treten dann wiederum sechs Athleten gegeneinander an. Also sehr, sehr spannend. Das Finale wird übrigens auch im Öffentlich-Rechtlichen übertragen. Und was ich noch kurz anmerken wollte, es werden auch zwei deutsche Herren im Starterfeld dabei sein. Kommen wir zur letzten Sportart. Und das ist eine Sportart, ähnlich wie Skateboarden, ist es ein ganzer Lifestyle. Leute lieben Surfen, also Wellenreiten. Genau, Wellenreiten ist das erste Mal mit dabei bei den Olympischen Spielen am Strand von... Und jetzt bitte lacht nicht über meine Aussprache. Ich habe versucht, es nachzugucken, wie man es ausspricht, aber habe da sehr unterschiedliche Sachen gefunden. Ich sage jetzt einfach mal, Ichinomiya heißt es. Es ist ein Strand in der Nähe von Tokio, also Nähe 60 Kilometer entfernt. Da gibt es wohl sehr gute dynamische Wellen. An diesem Strand treten die besten Surfer der Welt gegeneinander an. Auf einem Shortboard, das ist ein spezielles Board, das extra für Profis eigentlich gedacht ist. Also es ist nicht unbedingt ein Anfängerboard. Es ist zwischen 5,8 und 6,8 Fuß lang. Hat also sehr wenig Volumen auch. Ist bekannt für seine Pointy Nose. Und es ist sehr sensibel wohl. Also ich selber habe noch nie gesurft, aber das ist das, was ich gelesen habe. Also auch auf Gewichtsverlagerungen reagiert das Board sehr, sehr sensibel. Und es ist deswegen wahrscheinlich auch sehr schwer zu surfen da drauf. Es ist aber perfekt für Profis, weil es eben sehr wendig ist. Also du kannst die Wellen wohl sehr gut reiten damit. Wie läuft jetzt so ein Surfwettbewerb ab? Also es wird eben zwei Einzelwettbewerbe bei den Frauen und bei den Herren geben im Shortboard. Es werden dann sogenannte Heats gefahren. Also immer vier Athleten pro Heat werden ins Wasser gelassen. Und in einem Heat können maximal 25 Wellen geritten werden. Es werden aber aus der ganzen, aus diesen ganzen 25 maximalen Wellenritten, werden die zwei besten, also von der Wertung die zwei besten nur genommen. Und die werden dann addiert. Und genau, dann ab dem Achtelfinale treten immer zwei Sportler, Sportlerinnen gegeneinander im direkten Duell an. So sieht dann sozusagen der ganze Wettbewerb aus, also bis ins Finale. Kriterien für die Punkterichter sind eben Schwierigkeitsgrad, Flow und Geschwindigkeit beispielsweise. Als Favoriten im Surfen gelten zwei Brasilianer, eine Frau und einen Mann. Aber es gibt wohl auch einen amerikanischen Surfer, der sehr gute Chancen auf eine Goldmedaille hätte. Ich habe da richtig Bock drauf, muss ich sagen, weil Surfen habe ich tatsächlich noch nie im Fernsehen verfolgt. Ich finde Surfen einen richtig coolen Sport, den ich jetzt selber noch nie gemacht habe. Ich bin nicht so eine krasse Wasserratte. Aber ich kenne natürlich einige Leute, die surfen. Und ich schaue das mir auch immer sehr, sehr gerne am Strand an beispielsweise. Also wenn man wirklich gute Surfer mal sieht, ist ja auch nicht so oft. Es gibt ja auch viele Anfänger, muss man dazu sagen. Aber ich habe mir tatsächlich noch nie professionell einen Wettbewerb. Es gibt ja, glaube ich, auch auf Hawaii immer wieder Wettbewerbe, World Championships, bla bla bla. Aber habe ich noch nie gesehen. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Und ich finde auch, Surfen ist eine Sportart, die sich seit Jahren, Jahrzehnten so etabliert hat, dass es auf jeden Fall gerechtfertigt ist, dass es jetzt auch mal bei Olympia vertreten ist. Man muss ja auch abwarten, diese ganzen Sportarten, die ich euch jetzt vorgestellt habe. Das heißt nicht unbedingt nur, weil die jetzt einmal dabei sind, dass die jetzt immer im Programm dabei sind. Das ist sehr fließend. Baseball beispielsweise war ganz, ganz lange nicht dabei, war aber schon mal dabei. In der Vergangenheit ist jetzt wieder mit dabei. Also es kann auch teilweise Jahrzehnte Pause geben, bevor man eine gewisse Sportart wieder ins Programm mit aufnimmt. Aber ich glaube schon, dass gerade Skateboard und Surfen, das sind ja auch Sportarten, die sehr viele junge Menschen machen. Die auch sehr, ja, im Trennenden sind, würde ich sagen. Weil es eben auch Outdoor-Sportarten sind. Ich glaube, solche Sportarten sind auf jeden Fall die Zukunft. Und da werden wir wahrscheinlich noch ganz viel von sehen. Das war es auch schon. Das sind die vier neuen Sportarten. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, auf was ihr euch am meisten freut. Ob ihr einschalten werdet. Und dann freue ich mich aufs nächste Video zu den Olympischen Spielen. Und sage bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao. seizures.